Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, ich bin's wieder Nils Gajowi und ich sitze im Augenblick über eine aktuellen Aktienanalyse. Einer meiner Lieblingsaktien, Coca-Cola, nähert sich nämlich der Kaufzone und wirft im Augenblick 3,2 Prozent Dividende ab. Und da ist mir eine Frage eingefallen, die mir immer wieder gestellt wird, die ich aber so richtig noch nie beantwortet habe. Lohnt es sich überhaupt in einen Titel zu investieren, der 3 Prozent Dividende abwirft, wenn es doch andere gibt, die 6 Prozent und mehr abwerfen? Nun, das Geheimnis bei Coca-Cola ist nicht unbedingt die Dividende, sondern das Dividendenwachstum. Ich habe hier mal einige Grafiken mitgebracht, die das sehr schön illustrieren. 3,2 Prozent Dividende kann man reinvestieren oder verfrühstücken. Nehmen wir mal an, wir hätten 10.000 Dollar investiert und diese 3,2 Prozent Dividende, die Coca-Cola im Augenblick abwirft, haben wir hier Jahr für Jahr eingesackt. Nun, da Coca-Cola in den vergangenen 20 Jahren die Dividenden jedes Jahr deutlich angehoben hat und eine durchschnittliche Wachstumsrate von 9,7 Prozent auf die Dividenden hat, habe ich das mal als Wachstumsrate hier eingesetzt. Und man sieht dabei, wenn man diese Dividenden reinvestiert, dann kommt man nämlich nach elf Jahren auf eine Dividendenrendite von 10 Prozent. 10,77, um es genau zu nehmen. Verfrühstückt man die Dividende, dann ist der Unterschied schon beträchtlich. Man kommt dann nämlich nur auf eine Dividendenrendite von 8,08 Prozent. Der Unterschied ist eben, der, der 8,08 Prozent kassiert, hat immer noch 100 Aktien im Depot. Der, der die 10,7 Prozent kassiert, hat über den Zeitraum von elf Jahren jedes Jahr seine Dividenden in Coca-Cola-Aktien reinvestiert. Das ist das Geheimnis von Coca-Cola und warum Coca-Cola unter Investoren so beliebt ist. Überlegen wir mal, wo das nach 25 Jahren hinführt. Wenn man diesen Rechner und der Link ist unter dem Video eingeblendet, wenn man diesen Rechner mal nimmt und 25 Jahre sich betrachtet, dann wird man feststellen, unser reinvestierender Investor kommt nach 25 Jahren statt auf 100, auf 204 Aktien, die ihm dann gehören. Und er wird eine satte Dividendenrendite von knapp 60 Prozent mit seinen 10.000 Dollar, die er mal vor einem Vierteljahrhundert investiert hat, an Dividenden kassieren. Das ist der Grund, warum Titel wie Coca-Cola, aber auch viele andere Dividenden-Aristokraten in ein Portfolio gehören, das für die Altersvorsorge, für laufendes Einkommen Sicherheit schaffen soll. In diesem Sinne, passen Sie auf Ihr Geld auf. Ihr Nils Gajowi